Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Tutorialserie. In diesem Teil werden wir uns um das Menü kümmern. Wir werden auch noch ein paar andere Kleinigkeiten vornehmen, wie zum Beispiel hier ein Finish-Objekt zu setzen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Also ich habe hier einfach ein leeres Empty-Object erzeugt und habe diesem Empty-Object hier ein Box-Collider hinzugefügt und habe dieses Objekt dann hier entsprechend hineingezogen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist erstens hier oben noch diese Funktion setzen, dass es als Trigger dienen soll. Und zweitens werden wir jetzt noch in unser Move-Script gehen und die entsprechende Abfrage stellen. Und dazu werden wir hier in die OnTriggerEnter-Methode gehen, beziehungsweise Funktion, und werden hier eine weitere If-Abfrage machen. und zwar, ob dieser Collider-Name hier Finish heißt. Wenn dies der Fall sein sollte, wird Speed eben auf 0 gesetzt. Damit können wir uns nicht mal weiter fortbewegen. Später wird dann hier auch noch reinkommen, dass hier das Menü angezeigt wird, damit wir ein neues Spiel starten können oder das Spiel beenden können. Gehen wir jetzt aber erst mal weiter, und zwar zur Menü-Erstellung. Und dazu gehe ich jetzt wieder zurück zum Anfang, zu unserer Kamera, gehe in die Kamera, gehe in den Head hinein und sagen wir jetzt einfach mal hier dieses Canvas, das werde ich jetzt hier duplizieren, werde es in, beziehungsweise eine Hierarchie weiter nach oben setzen, werden das hier auch gleich Menü nennen, werden in das Menü hineingehen, werden erstmal die Textstelle hier löschen, also dieses Textobjekt, und werden nun das Menü entsprechend erst einmal ausrichten. Wir werden jetzt hier auch gleich erst noch einmal die Höhe ein bisschen verändern. So, das sollte jetzt mal reichen. Wir gehen jetzt mal in die Game-Ansicht rein, um zu schauen. Erst einmal werden wir den Speed jetzt erstmal für die kurze Zeit heruntersetzen, damit wir uns nicht fortbewegen und unser Objekt hier richtig setzen können. Wir sehen schon, es sitzt eigentlich schon relativ gut. Das kann man eigentlich schon so lassen. Wir können jetzt hier noch weiter verfeinern, aber ich denke mal für ein Menü reicht das. Wir können es jetzt noch ein bisschen weiter nach runter machen. Das werde ich auch tun, aber ansonsten sage ich, denke ich mal, dürfte das hier passen. Was wir jetzt machen werden, ist, hier werden wir jetzt in dieses Panel hier, werden jetzt zwei Buttons hinzugefügt. Und zwar gehen wir jetzt hier einfach, sind sie hier zwei Buttons hinzufügen, hier ein weiterer Button, werden die jetzt auch entsprechend anpassen und sehen auch schon, ja, das Menü ist noch ein bisschen zu groß, weshalb wir jetzt auch einfach hingehen werden. Und das Canvas jetzt hier doch noch ein bisschen kleiner machen werden. Ich sage jetzt mal hier 150 und hier einfach jetzt mal 200. Das dürfte vollkommen ausreichen, wie wir sehen. Dann haben wir jetzt hier Button in Button gemacht, das wollen wir natürlich nicht. Wir werden jetzt hier das erste erst einmal ein bisschen ausrichten. Unteren weiter nach unten machen. Und schon haben wir ein kleines Menü erzeugt. Und diese Buttons nennen wir jetzt auch gleich Restart und Quit. Und der Grund, warum wir jetzt das auf die gleiche Ebene mit Head gemacht haben, ist einfach dieser. Das werden wir jetzt mal ins Spiel reingehen, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich jetzt hier die Kamera bewege, das Menü, das bleibt immer gleich. Es bleibt immer genau vor uns. Wir müssen also, wenn wir das Menü später haben möchten, immer geradeaus schauen. Und das ist auch der Grund, warum wir das jetzt hier gemacht haben. So verfolgt das Menü uns immer weiter. Also egal, wo wir sind, das Menü ist automatisch bei uns. Wir müssen aber immer nach vorne schauen, wenn wir, wenn es aktiviert wird. So, gehen wir wieder heraus. Nennen auch die Buttons entsprechend. Einmal Restart und einmal Quit. Als nächstes müssen wir jetzt auch noch Event Trigger hinzufügen. Die sind nötig, damit später hier bei der Überprüfung, ob jetzt hier unser Sichtfeld genau darauf liegt, also genau auf ein Button zeigt, erkennt wird. Und dazu werden wir jetzt hier einen Event Trigger hinzufügen und sagen uns hier Point Enter und Point Exit. Das Ganze machen wir auch hier bei Quit. Sagen uns Event Trigger, Point Enter und Point Quit. Als nächstes haben wir das jetzt erledigt. Sind wir jetzt vorerst einmal hier fertig. Wir werden jetzt hingehen und auf unser Event System hineingehen. und werden jetzt hier das Gaze Input mit Medul hineinfügen. Wir werden das noch eins weiter nach oben machen, dass dieses als erstes abgefragt wird. Und haben jetzt dann hier unsere Events erzeugt. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt ein Script erzeugen, das heißt ButtonAction. In diesem ButtonAction öffnen wir auch gleich und hier werden wir jetzt ein paar Methoden bzw. Funktionen und Variablen deklarieren. Als erstes hätten wir dort das public float time, dann public boolean oder bool inside, dann public bool reset, public bool exit und public image bzw. nicht image sondern game object image. Das Insight hier, das werden wir jetzt nach private schnell machen, weil da brauchen wir von außen keinen Zugriff drauf haben. Speichern das Ganze schon mal. Da haben wir das erledigt, werden wir jetzt noch vier weitere Funktionen erzeugen. Zum einen haben wir public void restart. In diese Methode wird also unser Neustarten des Levels zahlen. Dazu schreiben wir application.loadLevel und schreiben hier einfach wieder application.loadLevel rein. Somit wird unser momentaniges Level einfach erneut geladet. Die nächste Funktion ist die public void quit Funktion und die wird einfach nur geschrieben public.quit. Damit beenden wir das Spiel. Nun schreiben wir die Funktion public void inside Button. Damit überprüfen wir, ob unser Blick ein Button berührt bzw. ob unser Blick auf einen Button ist. Wenn wir jetzt in dieser Funktion schreiben jetzt noch ein if rein und zwar if inside, ob das jetzt false ist, also wenn das jetzt noch nicht gesetzt wird, wird inside einfach true gesetzt. Ist noch hier oben wahrscheinlich inside, hier ein kleiner Rechtschreibfehler und schon passt das auch hier. Haben wir das erledigt, werden wir jetzt hier auf public, also eine neue Funktion schreiben, public void exit Button schreiben. Und da überprüfen wir hauptsächlich, ob unser Sichtfeld wieder den Button verlassen oder verlässt. Dazu schreiben wir einfach hier rein inside. Erstmal wieder auf false setzen. Dann wird hier das GameObject image. Das GameObject image wird jetzt hier von active bzw. set active. wird erstmal wieder false gesetzt. Das bedeutet hier, dass das spätere Image, also was wir nachher noch hinzufügen werden, einfach inaktiv gesetzt wird. Dann werden wir auch noch hingehen und image.getComponent sagen. getComponent, um auf das Image darauf zugreifen zu können. Und sagen uns dann hier image, also getComponentImage.fill amount So, gleich 0. Ob ich jetzt das richtig geschrieben habe. Das sehen wir gleich, indem wir jetzt hier oben noch das UI-Bibliothek hinzufügen von Unity. Und wir sehen, dort habe ich einen Fehler. Mal schauen, wie das genau heißt. Ich weiß nicht, woran der Fehler liegt, aber jetzt haben wir hier unsere Funktion auch hier fertig geschrieben. Als nächstes gehen wir in Update rein. Wenn wir in Update drin sind, schreiben wir jetzt erstmal if inside. Jetzt überprüfen wir, ob unser Sichtfeld in einem Button ist. Und überprüfen auch gleich, ob unser Image hier oben, active self, ob das false ist. Wenn das false ist, wird es erst einmal aktiv gesetzt. Hier haben wir natürlich ein Punkt statt ein Komma. SetActive gleich true. Wenn das true ist, dann, oder beziehungsweise wenn das false ist, wird es true gesetzt. Das nächste, was wir machen werden, ist, wir werden hier jetzt image sagen. Image.getComponent. Und sagen wir uns jetzt hier wieder image. Und sagen wir uns jetzt hier .fill amount. Also das heißt jetzt, was wir jetzt genau damit machen werden, das sehen wir später. Oder wird uns später klar werden. Und zwar werden wir damit, jetzt mal gucken, fill amount erstmal. Sagen wir uns damit, wir werden uns ein, ja so ein Ladebalken werden wir uns bauen. Und wir sagen jetzt hier, dieses Image wird pro Sekunde, die wir hier oben, beziehungsweise später hier setzen werden, wird das Image pro Sekunde weiter aufgebaut, bis es bei 100% ist. Das werden wir hiermit mit dieser Funktion setzen. Und dazu schreiben wir jetzt hier einfach plus ist gleich 1f für float geteilt durch die Zeit mal time mal time Punkt time beziehungsweise delta time. Und schon wird unsere, unser Image pro Sekunde, die wir hier oben eingestellt haben, vergrößert, bis es 100% erreicht hat. Und genau das überprüfen wir jetzt. Jetzt gehen wir hin und sagen uns hier, if, jetzt kopiere ich mir das Ganze hier einfach mal. Wenn wir hier, if image component, image, fill amount gleich 1 ist, das heißt 100% erreicht wird, werden wir jetzt überprüfen, ob reset oder exit true ist. Also hier werden wir jetzt reset reinschreiben und überprüfen, ist das true. Wenn das true ist, rufen wir die Funktion reset auf. Gleichzeitig werden wir überprüfen, ob exit true ist. Wenn exit true ist, werden wir die Funktion quit aufrufen. Das heißt, wir werden das Spiel verlassen. Und nun haben wir es jetzt in diesem Skript so weit geschafft, dass wir es speichern können und gehen jetzt wieder zu Unity rüber. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist hauptsächlich diesen Buttons das Script hinzufügen. Das machen wir jetzt auch schon mal. Wir fügen diesen Buttons das Script hinzu. Wir sehen hier auch schon, jetzt können wir die gleich auch schon setzen. Wir sagen jetzt hier reset und hier auf exit und sagen hier jeweils 5 Sekunden. Das ist eine annehmbare Zeit, wo man drauf schauen muss. Und jetzt haben wir hier unten noch ein Image Objekt, was wir jetzt noch nicht gesetzt haben. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt müssen wir erst noch einmal unseren Punkt setzen, der hier uns angezeigt wird, wo unser Auge gerade überhaupt hinschaut, beziehungsweise unser Kopf. Dazu gehen wir hier in Cardboard rein, also wir gehen hier ganz Assets, gehen hier in Cardboard rein, gehen in Prefabs und gehen hier in diesen Ordner UI. Und hier haben wir ein Prefab, das Cardboard heißt und dieses Prefab ziehen wir jetzt in unseren Head hinein, dass dieses Prefab hier drin ist. Was das jetzt genau macht, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar haben wir jetzt hier so einen Kreis, der genau immer darauf reagiert, sobald wir hier ein Panel erreichen. Gehen wir jetzt wieder raus und sind hier auch schon fertig. Das war es dann auch schon. Gehen jetzt hin, gehen auf unser Panel und sagen uns jetzt hier, werden jetzt zwei Images erstellt. Die Image haben eine Breite von 100, aber nur eine Höhe von 6. Ich werde das Ganze jetzt mal hier hochziehen, so. Das hier wird also unser Ladebalken sein. Ich werde das Ganze nochmal duplizieren, nenne das BG für Background und nenne das Ganze Load. Was wir jetzt machen werden ist einfach, wir gehen hier in Assets. Ich habe hier schon zwei Bilder erstellt, einfach mit Paint. Das eine Bild bzw. beide Bilder sind 100 Pixel breit und in der Höhe 6 Pixel. Und habe das Ganze beim Texture Type hier noch auf Sprite 2D gemacht. Was wir jetzt machen werden ist, wir gehen jetzt in unser Image, das Background heißt, und ziehen das Background hier ins Source Image rein. Danach werden wir das hier so lassen, dann gehen wir auf unser Load Image und sagen uns hier auch in Source Image. Wir werden das jetzt hier aber auf Filled setzen. Jetzt können wir, wenn wir das jetzt mal hier schon schauen, wird das jetzt momentan auch radial, also aufgefüllt. Wir setzen das Ganze jetzt auf horizontal, von links nach rechts. Und wenn wir das jetzt hier so machen, haben wir hier jetzt schön Ladebalken mit unterschiedlichen Farben, so dass man auch sieht, wie weit es gerade ist und wie viel noch kommt. Genau, und das war jetzt auch dieser Teil. Jetzt gehen wir hier wieder auf unser Buttons und fügen in unserem Buttons Script dieses Bild hinzu. Sagen wir also hier das Image hinzufügen. Das Ganze machen wir auch bei Quit. Des Weiteren werden wir jetzt auch hier unsere Event Triggers setzen. Und zwar gehen wir jetzt hier hin und sagen uns, was soll passieren, wenn wir unser Auge diesen Button anschauen, also unser Kopf eigentlich. Dazu gehen wir jetzt hier, fügen das einfach hier rein, sagen uns Button Action und sagen Inside Button. Das Ganze machen wir jetzt auch bei Point Exit. Sagen hier erstmal unser Objekt, also unser Button Quit. Gehen hier wieder auf Button Action und sagen jetzt hier Exit Button. Dann gehen wir hier bei Restart rein, sagen uns auch hier wieder das Restart Objekt. Gehen hier in Button Action und sagen jetzt auch hier wieder Inside Button. Wenn wir dieses Point Entren, also hier hineingehen und auch hier das gleiche wieder mit Exit und sagen uns jetzt hier Exit Button. Was sollte jetzt passieren? Erstmal dieses Load hier, das muss natürlich hier auf 0 stehen und dann auch deaktivieren. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, was jetzt passieren sollte, wenn wir uns jetzt hier bewegen, ist, wir sehen schon, der Button wird sich hier verändern. Wir können jetzt auch gleich schon mal testen, was passiert, wenn wir jetzt auf Restart gehen. Wir sehen, das Ganze hat sich geladen. Was jetzt hier so aussieht, fehlerhaft aussieht, dass jetzt hier jetzt so alles schwarz ist und so weiter. Das liegt hauptsächlich hier an diesem Editor, an dieser Editor-Sicht, denn auf dem Handy sieht das ganz normal aus. Und dazu muss man sich jetzt hier auch keine Gedanken machen, oha, was ist jetzt hier schief gegangen? Auch das ist mir auch schon das erste Mal passiert. Aber das ist ganz normal, auf dem Handy sieht das wieder ganz normal aus. Wir verlassen jetzt einfach wieder diese Sicht hier, haben jetzt unser Menü erstellt, gehen jetzt erstmal hin und sagen, dieses Menü, das deaktivieren wir jetzt erst einmal. Und jetzt gehen wir hin und fügen dieses Menü hier noch in unser Move ein. Also gehen wir hier in Move rein, sagen uns hier oben noch Public GameObject und sagen uns jetzt hier, das ist das Menü. Dann gehen wir wieder in Unit hier rein, lassen das Ganze aktualisieren, wahrscheinlich hat es doch, es hat gespeichert. Hier ist das Menü und fügen jetzt dieses Menü hier einfach ein. Was jetzt passieren sollte ist, sobald wir sterben, das müssen wir jetzt auch noch setzen. Sobald wir sterben, hier beziehungsweise, na wo haben wir es, wir sind in Move. Sobald unser Leben kleiner Null ist, hier haben wir das, genau sagen wir Menüpunkt SetActive gleich True und sind dann auch schon hier mit dem Leben fertig. Das gleiche muss auch passieren, wenn wir natürlich das Finish erreicht haben. Und jetzt sind wir soweit eigentlich fertig. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wir können jetzt natürlich hier noch diesen Raum verlassen. Deshalb werden wir jetzt hier noch ein Cube erzeugen, beziehungsweise eine, ja, hier eine Barriere bauen. Hätten wir auch schon in Blender machen können. Aber, um zu demonstrieren einfach im Blender, dass wir jetzt hier einfach fertig, oder beziehungsweise, was der Eingang ist und was der Ausgang ist, dass wir das sehen, haben wir das extra nicht gemacht. Jetzt werden wir hier einfach ein Cube setzen. Und dem werden wir jetzt auch noch die gleiche Farbe geben, indem wir jetzt hier einfach in das Material reingehen, das Material diesem Cube hier geben und schon haben wir hier eine Barriere gebaut. Und sind jetzt auch schon fertig mit dem Spiel. Wenn wir das Ganze jetzt mal testen werden, muss ich natürlich jetzt hier noch schnell die Speed hochsetzen, dann werde ich das jetzt mal testen, wie das ist mit dem Finish, ob das überhaupt funktioniert. Jetzt werde ich jetzt erstmal zum Finish laufen. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich beim Finish angekommen bin. So, ich bin jetzt hier auch beim Finish angekommen, werde jetzt mal ins Finish reinlaufen. Wie ihr seht, halte ich an. Und wie ihr seht, ist auch hier schon unser Menü aufgetaucht. Was wir jetzt machen können, das Menü ist noch recht weit weg und man sieht es kaum. Deshalb werde ich jetzt nochmal zum Menü hingehen und das mal schnell aktivieren und werde das Ganze mal ein bisschen weiter vorrücken. Ich gucke mir das jetzt auch nochmal im Game an, wie das aussieht und sage, ja, das kann noch ein bisschen weiter vorgezogen werden. Ich gucke mir das jetzt einfach mal hier an, dass das hier auch schön passt, weil irgendwann, wenn wir es so nah machen, verschwindet es nämlich. Deshalb hier, das dürfte jetzt schon ein bisschen zu nah sein, aber nein, das passt. So, das war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Tutorial. Wir haben jetzt hier ein fertiges Spiel erzeugt. Wir haben Gegner erzeugt, bei denen das Leben abgezogen wird, bzw. bei uns wird das Leben abgezogen, wenn wir sie treffen. Wir haben hier ein Menü erzeugt, in dem wir ein Restart machen können vom Spiel oder das Spiel verlassen können und das Ganze auch noch in Virtual Reality. Das heißt, wenn ihr das jetzt mit dem Handy ausprobiert, sollt ihr das Gefühl haben, dass ihr wirklich schon da drin seid, also das Ganze in 3D-Sicht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu kommentieren, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.